Hallo, ich grüße dich auf Glück ist eine Entscheidung, der YouTube-Kanal, der genauso heißt wie das Buch Glück ist eine Entscheidung und auch der Workshop Glück ist eine Entscheidung. Und wenn du vielleicht das Buch haben möchtest, dann schreib uns einfach eine Nachricht und wir schicken dir das Buch per Post zu und ich schreibe auch noch was rein, wenn du möchtest. Ja, sei gegrüßt, mach dein Ding, sei du selbst, denn alle anderen, die sind schon vergeben. Ja, es gibt viele Menschen, die sind wirklich nicht glücklich und auch über längere Zeiträume nicht glücklich. Ja, und das hat häufig den Grund, dass sie gar nicht wissen, was sie wirklich, wirklich von Herzen her mögen und lieben und gerne sein würden. Ja, und viele erfüllen eher so die Erwartungshaltung anderer, das heißt sie verfolgen so Ziele anderer Menschen und viele möchten einfach nur sein wie sie oder er und versuchen jemand anderes zu sein. Ja, und das hat alles auch zur Folge dann, dass sie sich früher oder später eher leer fühlen und nicht selber, ich sag mal, erfüllt und sich selber fühlen und auch sind. Ja, jetzt fragen natürlich die Menschen, was kann man denn da tun, wenn ich wirklich gar nicht weiß, was will ich eigentlich wirklich, was können wir tun? Ja, wir fragen uns oder frag dich doch einfach in einer ruhigen Minute und Stunde und nimm dir auch Zeit dafür. Was macht mir Freude und vor allem, was hat mir schon immer Freude gemacht? Ja, genau. Schreib dir das auf. Was ist meins? Schreib dir auf, was dir Freude macht. Das kannst du sofort tun oder in einer ruhigen Minute. Und lass dir Zeit und schreib dir alles auf, was da kommt, was dir Freude macht. Also dir und nicht deinen Partnern, deinen Eltern, deinen Verwandten, deinem Chef, deinen Mitarbeitern etc. Sondern nur, was dir Freude macht, was deins ist. Ja, und wenn du irgendwie da nicht alleine zurechtkommst, dann nimm dir jemanden, einen Menschen deines Vertrauens, der dir die Bälle zuwirft und lass dir da auch helfen und hol dir Impulse und frage dich durch die Impulse, was dein Ding ist. Ja, das war mein Impuls für dich heute und wenn er dir gefallen hat, dann like das Video. Du darfst es auch gerne teilen. Abonnier den Kanal, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal persönlich. Lern uns kennen auf einem Workshop, in einem Training oder in einem Vortrag von uns. Schau mal auf unserer Internetseite. Da findest du auch die Termine und auch die Kontaktadresse. Bei Fragen bitte immer fragen. Jetzt wünsche ich dir noch das Allerbeste und vor allem dein Allerbestes. Also, bis dahin, alles Gute. Dein Jens Faber Neuling. Lass es dir gut ergehen. Tschüss.